Wir kommen hier bei Düsseldorf, Domodell. Wie ihr seht, ich bin gerade in Berlin. Es gibt freies WLAN. Ich bin hier bei A und O. In diesem Hotel hier. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, in welchem Zimmer oder wo. Da oben auf jeden Fall. Vierter Stock auf jeden Fall. Und hier ist das Hotel. Ja, ich wollte einfach noch nichts informieren. Ich bin jetzt hier angekommen. In Berlin. Mal sehen, wann ich das nächste Video mache. Ich muss ein bisschen gucken. Ich würde jetzt ja nicht irgendwie peinlich aufblieben. Ich bin hier mit dem Beineingang. Ja. Mal sehen, ob ich ein Liveteam hier auf starten werde. Ich habe es auf jeden Fall vor, hier ein Liveteam zu machen. Vielleicht sind meine Kollegen auch mit dabei. Mal gucken. Ja. Das kann natürlich auch sein, dass es nicht so wird. Ja. Das habe ich Ihnen als Info gegeben. Das war es denke ich mal auch wieder mit diesem Video. Ich gehe jetzt wieder nach oben und fertig. Ja. Dann habe ich morgen noch Training. Und ein Spiel. Und so weiter. Ja. Das war es auch wieder mit diesem Video. So und bis dann.